Und damit herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Session, Bully, die Ehrenrunde, so, schau gerade, Unterricht beginnt ja gleich schon wieder, richtig? Oh, so lange her, so lange, lange ist es her. Ähm, ich hab jetzt, äh, vor zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen, oder beziehungsweise letzte Woche war eben noch Folgen dabei und dann jetzt diese Woche fangen wir wieder zurück zu einer neuen Session an, weil ich davor ne Pause gemacht haben will, die ich mir auch, glaub ich, verdient habe, weil ich, gut, ich war krank, hab dann halt nicht die Zeit zu gehabt, wirklich was zu machen, weil ich dann halt auch, oder nehm... Äh, wie konnte man nochmal rennen? Das schon lange nicht mehr gemacht? Eh. Weil ich hab jetzt lange, lange nix mehr gemacht. Das ist halt das Problem. Dann vergisst man halt die Steuerung, wie es ist und sowas. Achso, letzte Aufgabe war Fotografie. Machen wir doch. Und da hab ich gesagt, komm, mach's ne Pause, kannst wieder alles super aufbearbeiten und dann, ähm, läuft's doch wieder vom Aufbau her. Und warum nicht mal ne Pause gönnen? Man kann sich wirklich wieder auf dem Kanal konzentrieren in Ruhe und hat nicht so'n Stress. Man kann sich ausruhen, man kann sich mal wirklich die Woche entspannen und hat dann das hier schön wieder als Bild, dass man weiß, es läuft auch wieder Ast rein und da bin ich ein Kombibond. Und fast die Hälfte. So, jetzt haben wir die Freaks beim... Und beim Jahrmarkt fotografieren, das machen wir doch. Dann haben wir nämlich Fotografie auch zu Ende. Also wenn wir nämlich alle Unterrichtsschunden nämlich fertig kriegen, müssen wir nicht mal zum Unterricht hin und können einfach schön in Ruhe schwänzeln. Na ja, Kleiderverordnung beziehungsweise Kleidervorschriften muss ich nämlich wieder umkleiden. Ich hatte das ja nur gekauft, weil es halt... Gut, ich hatte so viel Geld und dachte mir, komm, kannst du wenigstens was kaufen. Und ich würd gern ein Moppet hier so fahren. Also ein kleiner Roller. So ein, warum nicht? Nein, bleib schön da. Auch wenn recht vor links ist. Ich klau dir einfach die Vorfahrt. Sollte ich Freaks auch mal fotografieren. Ja, aber es gibt eigentlich zu erzählen. Bulli, Bulli, Bulli. So lange kommen wir eigentlich zum Ende, ne? Wenn jetzt so, glaubst du, wenn alle Unterrichtsschunden fertig sind, sagt man sich doch... Ah, vielleicht ist irgendwann das Ende da. Die Herausforderung mit den Städten ist ja auch noch da. Komm ich jetzt nicht auch sonst rein? Bestimmt nicht, ne? Ich muss mir jetzt hier so noch alle Eintrittskarte kommen. Mit 1 Dollar. Ähm. Wenn ich jetzt wüsste, V. Ah, das ist meine Digi-Camp gewesen. So, jetzt müssen wir die Freaks fotografieren. Dann gehen wir einmal hier um den Eck. Neuuu. Freakshow. Let the Freakshow öffnen. Ah, was denn da sind Freaks drin? Für so eine kleine Bude, so was Großes hier. Geat. Gleich mit der Kamera hier rein sneaken. Äh, bist du eklig. Naja, so, was kommt jetzt? Fat Ugly Brated Woman Guck mal, der steht da auf die Alte Nein, ich will das nicht speichern Nein Und der hat auch noch ein Bart Oh Mann Siamesische Schwestern Er kennt's nicht Können wir denn hier machen? Ringkampf, Wettansatz, mindestens einen Dollar Ne, den will ich nicht Dann wir hier Crazy Panit Man Hat der ein Nipple Piercing da? Haha, wir warten Kumi Band Eins noch Äh Böö Wie jetzt? Irgendwo? Lass mich mal rein Danke Kehre zurück zum Unterricht Das war's Und jetzt sagt man mal ehrlich Achso, das geht jetzt ein bisschen weiter darum, okay Okay, dann passt es Es sah nämlich so aus, als ob es so ziemlich klein wäre Ah, für die müssen wir noch die Zwerge kaputt schlagen Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt alles schaffe mit den ganzen Knüppeln Das sehen wir dann mal Ach, halt's Maul Oh, aua Komm's eh nicht hinterher, wenn ich ein Skateboard habe und nur zu Fuß Wohahaha Na, gucken wir uns gleich noch die Quest erwartet hier Die ist ja hier vorne Oder in der Nähe Zumindestens Schulbus Der Schulbus Der Schulbus Der Busfahrer war immer wieder drin, ne? Einen Moment So Sooo Wir können mit der Kleiderverordnung gleich Aber bevor die Kleiderverordnung noch einer rummeckert, zieh ich mich mal eben schnell um Ach komm Ich zieh mich da um, eben Bleib ganz cool, Brauner Ähm Outfit, Schuluniform, kommt sie an Annehmen Gut ist's Doofies So Jetzt kann sie auch nicht mehr rummeckern Wie gesagt, ich bin jetzt so am munkeln munkeln So zwei Stunden vielleicht noch, zwei, drei Stunden noch Und dann ist eigentlich Bulli So leider wie es mir auch tut leider zu Ende Aber Wir haben einige Zeit da investiert mittlerweile drin, also Ist schon wirklich ein Aufwand den man hier so betreiben kann Schön Schön Und wir haben Es geschafft Wir hatten nie gemeinsame Tage Okay Okay Ja, Magbonos Du kannst so viele Na schön Jetzt bekommt so viel Preis Bonds Okay Jut Rückpulverspraydose Stinkbomb-Alarm Stinkbomb-Alarm So Welcher Grund, weil er mit ihr rumgemacht hat Ha 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 Ach, mich schockt sie sowieso nicht Sowieso wird er noch volles Leben Alter Knüppelt er dir erstmal nieder? Oh Das ist schrecklich mit dem Headset Auf Und an den Ohren nervt So, ne Quest ist denn Ich muss euch kurz ablegen So, jetzt war es einmal kurz laut für euch Aber er konnte zumindest weiterfahren Nein, das hat gerade genervt am Ohr Mit dem Headset Ich weiß auch nicht, was da los war Blub Jetzt laufen die Preps mir hinterher So, links, rechts, oben, unten Ist ja gut Preps am Boden Ah, Trophäenschrank Ja Oh, hier ist er, Mr. Big Ja, es war du Creep Was war ich? Don't play innocent mit uns Ich versuche das Wenn Vater mich mit Nanny Er hat mir ein gutes Traschen Und ich habe eine halbe Ich gebe dir einen Hey, look Just get to the point Someone stole Our boxing trophies, buddy They were heirlooms Well, it wasn't me, rich boy So, relax Well, if it wasn't you Then who was it? I bet it was those greaseballs I know it They've always hated us It's so much for peace in our time, Popper Just great Let's get them Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson Wait, relax Maybe it was Maybe it was someone else Nobody hates us Apart from them Oh, yeah, they do Everyone hates you You're all awful Oh, la-dee-da Now he tells us You are pathetic, Hopkins You're not a leader Out of my way Come on, men Let's go Okay It's war Hold on Wait here I'll go get your trophy back from those greaseballs Oh, man I think the crazy ones were still there I think Gary was still there Because That suddenly everyone was against us Was a weird coincidence But I thought the slime bottles were the Shreber But that they were the Greaser Or Greaser Erfahren wir gleich Daher hatten wir glaube ich auch schon mal die Quest Aber das ist schon für mich etwas länger her Mich daran zu erinnern Da hatten wir ja glaube ich auch den Landstreicher fertig gemacht Wo halt irgendwie ein Ich glaube mit einem Ufo-Tipp Ich meine, ich habe ja jetzt auch geschrieben Landstreicher, Ufo oder Ufo-Landstreicher Irgendwie so Welche Reihenfolge weiß ich jetzt gerade nicht Und das war ja auch verwunderlich Naja, schauen wir mal was uns da jetzt gerade erwartet Das wird wir machen müssen Ich kann es mich genau nicht erinnern Ja, ist ja gut So Wo ist es? Okay, weiter hinten Alles klar Omi platzt da Mann mit Skateboard Hi Lola Verklappt jemand anders Aber mich gerade nicht Ich habe gerade keine Zeit Ich will mich wieder mit euch verbünden So Okay Okay, ah ja, genau. Lagerhalle, da hab ich doch verkackt.